Boah Leute, Time is here. Ich habe mir eben gerade diesen fantastischen Hoodie für nur 5000 Euro ersteigert. Das ist der Hoodie aus dem legendären Die Zerstörung der CDU Video mit fast 20 Millionen Aufrufen. Da freue ich mich für mega. Das Ganze gab es für einen guten Zweck. Rezo hat den zum Glück zur Verfügung gestellt bei einem Viva Con Aqua Charity Stream und da hat jetzt gerade die Auktion geendet. Von dem Geld werden Brunnen gebaut in Ländern, wo die Leute kein Wasser haben oder Wasser haben, aber jeden Tag 15 Kilometer mit dem Eimer laufen müssen, um Wasser zu haben. Und da werden Brunnen gebaut. Und wir sammeln ja zusammen mit der Community, ich nehme ja keine Spenden ein, schon seit 5 Jahren nicht mehr, seit neuestem, wenn Spenden reinkommen, dann für den Brunnenbau. Wenn das Ganze fertig ist, 10.000 Euro versuchen wir zu erreichen, dann werde ich, wir müssen noch gucken, wo das dann ist, Uganda, Südafrika, Nepal, dort hinfahren und das Ganze dokumentieren, einen Vlog machen, dass der auch gebaut wurde, wer den benutzt und den ganzen Stuff, den Progress da ein bisschen mitverfolgen. Könnt ihr sehr gerne machen, ihr könnt es anonym machen, ihr könnt euren Namen angeben. Jeder Euro zählt, würde mich wahnsinnig drüber freuen und ja, danke Rezo nochmal für das zur Verfügung stellen. Dann noch die andere Frage, soll ich den mal anziehen? Also soll ich den so eine Vitrine packen und oh, das ist der heilige Hoodie und der so mit Vorsicht rangeht oder soll ich den auch einfach mal tragen? Ich glaube der ist M, ich bin XXL, könnt ihr auch witzig aussehen, schreibt eure Meinung sehr gerne dazu in die Kommentare. Stream geht jetzt an, wir zocken Fortnite Random Duos und dann gehen wir noch in die Reaction rein, 7 vs. Wild ziehen wir uns rein, die neueste Folge und Subnautica wird gezockt. Eventuell nochmal Clash Royale, aber da schauen wir dann, das ist das Programm für heute, wird auf jeden Fall geil, bis gleich.